Weiter geht es mit dem Gewinnspiel des Computerservice Bernd Jungnickel und dem Elbe-Kanal. Auch in dieser Woche möchten wir wieder Gutscheine verlosen. Wie immer hier der Einblick in die Werbung. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Ein Virus zerstört Ihre Festplatte oder er überhitzt sehr schnell? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Notwendige Ersatzteile werden nach Absprache bestellt und verbaut. Softwareinstallation, Netzwerkeinrichtungen und Wunsch-PC-Erstellung sind ebenfalls kein Problem. Kompetente und freundliche Beratung, lösungsorientiert und das Ganze zu angemessenen Preisen. Computerservice Bernd Jungnickel in der Republikstraße 40a in Schönebeck. Auch Sie möchten einen dieser Gutscheine gewinnen, dann machen Sie doch mit beim Gewinnspielen beantworten die nun gestellte Gewinnfrage. Der Computerservice Jungnickel verlost in Zusammenarbeit mit dem Elbe-Kanal 100 Gutscheine für einen kostenlosen Systemcheck im Wert von 29,95 Euro. Wenn Sie einen dieser Gutscheine gewinnen wollen, rufen Sie an und beantworten Sie folgende Frage richtig. Was gehört zu einem Computer? Ist es a. die Katze oder b. die Maus? Wenn Sie die richtige Lösung haben, rufen Sie an unter 03 928 40 57 70. Wir drücken Ihnen die Daumen. Ich bin mir sicher, Sie wissen die Antwort. Machen Sie doch einfach mit. Wie gesagt, es warten Gutscheine auf Sie. Also, Sie spüren Sie. Vielen Dank.